Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Skull and Bones. Morgen startet endlich Season 2. Ich hab richtig Bock. Das heißt, heute Nacht, wenn ihr das Video seht, wird Season 2 kommen. Patch ist immer so zwischen 3 und 4 Uhr nachts deutscher Zeit. Das heißt, für alle, die morgen aufstehen, ihr könnt sofort in Season 2 rein. Ich selber werde auch morgen früh sofort reinschauen. Ich denke mal so, ab 6 Uhr bin ich da live und schaue in Season 2 rein. Und heute gibt es das Video, wo ihr alles zu Season 2 erfahrt, was wichtig sind. Was ist das neue Schiff? Was gibt es für neue Waffen? Was wird das neue Season-Thema? Und, und, und. Deswegen lehnt euch zurück. Das wird wahrscheinlich ein bisschen ein längeres Video. Und vor allem gibt es viel zu erzählen, weil, wenn ich euch das einmal zeigen darf, es gibt so eine riesige Wall of Text. Da wurde sich auch schon drüber lustig gemacht auf Twitter. Ich blende es hier einmal ein. Es ist so viel und ja, fangen wir am besten direkt an. Ich möchte noch einen kleinen Nachschlag, noch mal was ansprechen von gestern. Ihr solltet auf jeden Fall eure Achtermünzen ausgeben. Bedeutet, wenn ihr immer noch über 300.000 Achtermünzen habt, dann gebt ihr auf jeden Fall aus. Kauft euch Hölzer, kauft euch alle möglichen Items, die es am Schwarzenmarkt gibt. Und, wenn dann immer noch was überbleibt, dann kauft euch Holz und verkauft das Holz hier. Das bringt euch, so wie ich hier gerade, ganz gut Silber, sodass ihr einfach einen Puffer habt, wenn er Season 2 startet. Und ihr nicht traurig seid, wenn die ganzen Achtermünzen weg sind. Weil, nur 300.000 kann man in Season 2 mitnehmen. Aber jetzt würde ich sagen, fangen wir direkt an mit dem allerersten. Also, als erstes mal, ich glaube, ich lasse die Bombe direkt platzen. Das erste ist natürlich das neue Schiff. Und was soll ich sagen, das neue Schiff, das war schon relativ bekannt. Es ist die Brick. Nicht zu verwechseln mit der Brigantine, sondern mit der Brick. Das muss ich selber auch lernen. Ist nochmal ein eigenständiges Schiff. Ich blende euch hier mal schön ein Foto ein. Ist ein bisschen kompakter, würde ich sagen, als die Brick. Ist ein bisschen eine Kombination aus einer Brigantine und einer Bark, wenn ihr mich fragt. Und hat einen sehr coolen Perk. Und zwar, wenn ihr mit euren Waffen den Gegner kontinuierlich hintereinander trefft, macht ihr mit jedem weiteren Treffer 2% mehr Schaden, bis zu 30% mehr Schaden. Und die Reload-Zeit von Hilfswaffen, das heißt die Waffen, die da mit platziert sind, ihr kennt das, der Mordhau und sowas, haben eine 10% kürzere Reload-Time. Was ja dann auch nochmal gesteigert werden kann durch das ein oder andere Möbelstück. Dann kriegen wir natürlich auch wieder eine neue Waffe. Und dieses Mal gibt es den Minen-Springloader. Eine Hilfswaffe für die Mitte des Schiffs, die, wie der Name schon sagt, Minen verschießt. Das heißt wahrscheinlich, ihr könnt euch einen Bezielbereich aussuchen. Dort werden Minen verstreut, die Torpedos zum Beispiel kaputt machen können. Und gegnerischen Schiffen Schaden machen werden. Finde ich auf jeden Fall ein sehr cooles Konzept, wenn man dann überall Minen hat. Ihr wisst das, wenn wir den ganzen Server-Mann haben, 20 Leute, alle schießen diese Minen irgendwo rum, überall liegen Minen rum. Ich stelle euch das sehr cool vor, wird bestimmt witzig morgen. Das Ding kommt wie gesagt in die Mitte des Schiffes, ist ein Hilfs-Item, eine Hilfswaffe wie ein normaler Mortar. Und mit dazu sind auch neue Waffenvarianten reingekommen. Zumal zum Springloader, da komme ich gleich drauf. Auch hierzu der Fall-Ice, ich kann hier mal ein Bild einblenden, was eine Demi-Ken ist, eine Halbkanone. Einmal zu den Raketen, The Warhammer. Einmal zu Torpedos, Endless Regium. Und zu einer Vollkanone, La Picard. Ihr seht schon, dreimal lila, einmal blau. Und wir haben auch mitgeteilt bekommen, was die genau machen. Beim Springloader gibt es Varianten, einmal Little Grace und einmal Infernal Maw. Little Grace, stelle ich mir sehr witzig vor, weil der schießt schwebende Bojen. Und wenn man da durchfährt, dann heilt das das Schiff. Das stelle ich mir sehr cool vor. Ich hoffe, das haben die visuell richtig, richtig cool rübergebracht. Frage ist auch, kann ich das nach vorne schießen, selber durchfahren? Ich bin sehr gespannt. Das Ganze gibt es natürlich wieder vom Seasonal Main Contract. Und da beim Curtain Call. Weil ich gehe davon aus, dass es ähnlich so ist, wie wir es jetzt auch schon haben mit dem Kapperbrief. Dass es unterteilt ist in drei Stufen. Und jede Stufe hat so seine eigenen einzelnen Gimmicks. Ich bin sehr gespannt, wie weit wir da morgen schon kommen. Dann die nächste Waffe. Infernal Maw ist auch eine Springloader Variante. Und hier schießt ihr Minen mit Seefeuer. Und wie der Name schon sagt, macht es natürlich Feuerschaden. Zerstört auch wieder Torpedos. Und diese Bojen, wenn man die zerstört, machen 300% Feuerschaden. Also sehr krass, gibt es auch wieder vom Schmugglerplatz. Jetzt die Halbkanon Variante Fall Isles. Ich werde es bestimmt alles voll falsch aussprechen. Bin sehr gespannt, wie die deutschen Namen sind. Die englischen sind immer ein bisschen schwierig auszusprechen. Die gibt es nur auf dem Schwarzmarkt. Ich hoffe für Achtermünzen. Da kann man sich die nämlich direkt kaufen. Ich denke mal auch nur die Waffe und nicht den Plan, um die Waffe zu bauen. Und da wäre ich nicht so ganz schlau daraus, was die genau macht. Wir wissen ja, wie eine Halbkanone funktioniert. Keine lange Range. Aber da steht sowas wie von 75% vom Original Schaden wird mit einem zweiten Hit abgemacht. Da bin ich sehr gespannt, wie genau das abläuft. Dann gibt es eine neue Rocket, eine neue Raketen, The Warhammer. Und die schießt 10 große explosive Rockets. Wir hatten das ja bisher immer, dass relativ kleine Rockets waren. Die hier wird 10, das sind weniger. Aber dafür größere, explosivere Raketen schießen. Und die gibt es auch am Schwarzmarkt. Dann eine neue Torpedo Variante, Endless Requiem. Und die Torpedos können Gegner verfolgen. Also da bin ich sehr gespannt. Wenn das gut funktioniert, könnte ich mir eventuell vorstellen, Torpedo Main. Das Ganze gibt es auch am Schwarzmarkt. Da gibt es noch eine Variante. Und zwar die Vollkanone. Die lange Version. Die La PK. Und das ist die Waffe, die wir auch vom Season-Thema von den beiden Zwillingen haben. Die zieht dem Gegner Stamina ab und macht 20% Schaden, der nicht geblockt werden kann. Das heißt, auch wenn man es blockt, kommt trotzdem 20% Schaden durch und zieht halt Stamina. Bin ich sehr, sehr gespannt. Das steht auch nicht bei, woher man die bekommt. Und ich gehe mir davon aus, dass die entweder am Anfang oder im Laufe der Season von den Gegnern fallen gelassen werden können. So wie es bei La Pest ja auch der Fall war. Dann gibt es eine neue Armor und auch richtig viele Armor Varianten. Da will ich jetzt nicht auf alle eingehen, aber alle, dass wir sie mal gehört haben. Und zeige euch nur die interessantesten. Oder meiner Meinung nach die interessantesten. Es gibt eine neue Armor. Rhapsody of the Deep. Und die hat eine große Schadensreduzierung gegen Torpedos. Ist also relativ gut für gegen Torpedos. Das Ganze kriegt man durch den Schmugglerpass. Und hat auch sehr coole Perks. Damit kann man nämlich nicht durch Überflutung sinken. Das war ja auch ein Thema. Das hatten wir, der eine oder andere wird sich erinnern, in Season 1. Dass man hier und da vielleicht ein bisschen Überflutung, vor allem mit den neuen Waffen, mit der Karonade, gespielt hatte. Und das ist jetzt quasi der perfekte Schutz dagegen. Wenn man Schutz drückt, dann kann man nicht sinken. Also überflutet werden. Und wie ich gerade gesagt habe, perfekter Schutz gegen Torpedos. 25% erhöhter Schutz gegen Torpedos, wenn man sich schützt. Dann gibt es noch ganz viele neue Varianten. Die werde ich hier euch einmal im Schnelldurchlauf zeigen. Buccaneer's Oath, Buccaneer's Oath, Rhapsody of the Deep, Leviathan, Stormhofen, Symphonen und Abyssal. Bei Stormhofen geht es darum, dass ihr da Schaden machen könnt, wenn ihr euch verteidigt. Ähnlich so wie wir es auch hatten mit diesem pulsierenden Giftschwall. Wird es am Schwarzmarkt geben. Auch Buccaneer's Oath und Abyssal würde es am Schwarzmarkt geben. Und Leviathan werdet ihr als Bounty Reward bekommen. Bedeutet, wenn man Lestari Bounty, das ist ja dieser neue Fisch, dieses neue Monster, was man bekämpfen kann. Da komme ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Den kriegt man dann da von Leviathan. Passt ja auch eigentlich ganz gut als Bounty Reward für so ein Seemonster. Die neuen Game-Modes, die hatte ich euch schon vor ein paar Tagen erzählt. Da werde ich jetzt nicht nochmal drauf eingehen. Schaut euch da am besten nochmal das Video von vor ein paar Tagen an. Einmal natürlich Buyout von Manufakturen. Defense von Manufakturen. Das ganz neue Endgame. Habe ich alles schon im letzten Video erklärt. Und was da aber ganz interessant ist, um darauf aufzubauen, ist zum Beispiel, was die Repair-Zeit ist von einer Manufaktur, wenn man eine Defense nicht wahrnimmt oder verliert. Und das ist in Stunden in Leveln unterteilt. Und vielleicht einfach die Grafiken nochmal. Dann könnt ihr euch das selber nochmal angucken. Aber das geht von einer Stunde auf Level 1 bis 14 Stunden auf Level 10. Da war ich mit meiner Schätzung von 12 Stunden gar nicht so schlecht. Auf dem höchsten Level sind es 14 Stunden. Und ja, ich denke mal die allermeisten, oder zumindest stelle ich mir das so vor, wenn ich 70 Manufakturen habe und da ist eine Verteidigung, da ist eine Verteidigung, dann lasse ich die einfach dauern gehen und 14 Stunden später starte ich die dann wieder. Das ist mir dann egal. Weil es kommt dann ein bisschen darauf an, wie oft das passiert. Wenn das irgendwie 5 Mal pro Stunde passiert an verschiedenen Stellen, dann wird es vielleicht ein bisschen too much. Aber das müssen wir uns dann anschauen, wenn es so weit ist. Bei dem Seemonster Lestari und Bega Lestari knüpft man so ein bisschen an das Kuaribo an, weil das Ganze findet ihr im Lanitra Außenposten. Kriegt dort wieder eine Mission, sollt den fangen und könnt euch dafür eine Amo holen. Also sehr, sehr ähnlich zu dem Kuaribo Thema. Davon abgesehen gibt es aber auch wieder sowas wie ein Samaribo mit dem Mega Lestari. Und das ist ein Bounty Contract und soll erst ab Stufe 13 gemacht werden. Kann mir gut vorstellen, dass wir, wenn wir mit unseren normalen Schiffen dahin gehen würden, Probleme hätten. Ich denke, da muss man das Schiff erstmal 1, 2, 3 Level hoch machen, um das schaffen zu können. Aber das schauen wir uns dann auch Dienstag ganz entspannt und in Ruhe an. Ich denke, das können wir uns ein bisschen aufsparen mit den beiden Seemonstern. Da wird es auch nochmal interessant, zu welchen Wochen die da verfügbar sind. Und dann kommt eine Sache rein, die finde ich sehr cool, weil genau diese Idee hatte ich mit der Community. Wir hatten schon mal öfter überlegt, sowas wie Rennen zu machen um eine Insel rum. Wer und wer am schnellsten ist, gewinnt. Welches Schiff nimmt man da? Ein größeres, ein kleineres, ein wendigeres. Und genau das wird jetzt eingeführt in die neue Season. Vom 28. März bis zum 18. Juni gibt es innerhalb von 3 Wochen unterschiedliche Races. Und diese Races geben auch Regatta-Token. Was man mit diesen Regatta-Token machen kann, da komme ich gleich drauf. Aber ich finde es an sich einfach ganz cool, dass es jetzt Daily Races gibt. In jeder Woche verschiedene Races. Und da bin ich sehr gespannt, wie das ankommt und wie viel Spaß das Ganze macht. Bei dem Ganzen gibt es natürlich auch wieder ein Leaderboard. Das heißt, ihr könnt euch miteinander messen. Da bin ich sehr gespannt, wer da ganz oben sein wird. Die Top 100 Spieler kriegen einen goldenen Lemur. Finde ich wieder nicht so geil, weil Top 100, ihr wisst noch, wie das ausgeratet ist mit den Achtermünzen. Weiß ich nicht, ob die sich da so einen Gefallen mit tun. Naja, wird sich zeigen, wie das Ganze ankommt. Ich glaube nicht, dass es gut ankommt, aber kann ich mir auch gut vorstellen, dass es nochmal geändert wird. Wenn sich da genug Leute drüber beschweren, weil 100 Leute ist wirklich nicht viel. Ich könnte jetzt in die besten Listen gucken. Ich bin, glaube ich, so Platz 300, 400 oder so, aber war schon seit zwei Monaten nicht mehr gespielt. Und habe richtig krass Achtermünzen gefarmt. Weiß nicht, ob die sich da so einen Gefallen tun. So was hinter einer Wall zu verstecken, diesen goldenen Lemur zu bekommen. Ich finde, jeder, der eine bestimmte Zeit erreicht hat oder einen bestimmten Meilenstein erreicht hat, sollte das bekommen. Und nicht die Top 100 Spieler. Das finde ich, ist nicht so der richtige Weg. Aber schauen wir mal, wie das Ganze sich in der Season noch entwickelt. Wie ich gerade sagte, könnt ihr Regatta-Punkte und auch Regatta-Truhen verdienen. In diesen Truhen gibt es Achterstücke ganz normal und Essen-Items, also Verbrauchsgegenstände. Materials, wahrscheinlich meinen die damit Materials, um die Schiffe abzugraden. Und eine Chance, ein episches Möbelstück zu bekommen. Secret Cash, also wahrscheinlich sowas wie geheime Kiste 1 oder sowas. Was das macht, wissen wir noch nicht, aber wird es da auf jeden Fall geben. Mit den Regatta-Tokens können wir verschiedene Cosmetics holen. Wird sich dann zeigen, wie das Ganze aussieht. Ob es auch nochmal irgendwas Spannendes zu gibt. Leider kann ich euch keine Fotos geben, weil wie gesagt, ich habe euch eben gezeigt, diese Wall of Takes. Mehr wissen wir dazu aktuell noch nicht. Ich finde es aber ganz cool, dass so ein bisschen angesprochen wird und wir uns dann überraschen lassen können. Da gucke ich auf jeden Fall als aller allererstes rein. Dann gibt es noch einmal ein neues Event. Da gibt es noch nicht so viel zu. Vom 2. Juli bis zum 16. Juli, also nur zwei Wochen. Und das Ganze heißt Summer Fiesta. Dazu wissen wir aber noch gar nichts. Also um was da geht und was da stattfinden wird. Aber sehr cool. Wir haben Summer Fiesta, wir haben das Race. Also auf jeden Fall schon mal zwei Dates, die einmal drei Wochen, einmal zwei Wochen gehen. Wo man richtig cool Content und auch richtig coole Sachen machen kann. Ship Upgrades hatte ich euch auch schon erzählt. Da gibt es nochmal einen kleinen Zusatz. Das höchste Schiff Level ist nämlich jetzt 13. Bedeutet, mehr als 13 geht nicht. Bislang war es ja 12. Wenn ihr euch erinnert, ganz am Anfang 11, dann wurde es auf 12 erhöht. Und jetzt das höchste, was man erreichen kann, 13. Bedeutet, für alle kleinen und medium Schiffe, abgesehen von der DAO. Das war ja meine Frageform vor ein paar Tagen. Die DAO ist davon ausgenommen. Alle Schiffe könnt ihr sechsmal upgraden, abgesehen von der DAO leider. Und mit jedem Upgrade gibt es verschiedene Improvements wie Perks oder mehr Möbel Slots. Das finde ich sehr interessant, wie viele Möbel Slots da reinkommen. Vor allen Dingen, ob wir überhaupt... Also ich finde sowieso immer, die Möbel waren nie so spannend. Wieso dann nochmal ein Möbel Slot? Aber gut, vielleicht kommt da nochmal was Spannendes mit rein. Und natürlich sowas wie krassere Stats bei den Schiffen. Ich kann mir vorstellen, dass eine Schnau dann vielleicht extrem viel Leben bekommt. Und eine Brick vielleicht nochmal zwei Knoten schneller wird. Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Könnte sehr cool sein. Wenn eine Bringatine auf Stufe 6 vielleicht 20 Knoten macht mit Rückenwind. Falls man Rückenwind hat, würde ich auf jeden Fall sehr cool finden. Außerdem natürlich Cargo Space und auch der Ship Rangscore, wie ich es gerade gesagt habe, wird dadurch erhöht. Beim Upgrade Stufe 3 von 6 kriegen die Medium Ships einen neuen Perk. Der heißt Deep Blue. Und sorgt dafür, dass ihr euch besser manövrieren könnt. Das war auch ein kleiner Kritikpunkt von mir damals. Dass ich... Also natürlich ist das hier alles ein Schiff. Aber ich möchte mich natürlich ein bisschen besser bewegen können. Weil alles was ich mache ist ja um Wasser. Und das hatte ich damit so ein bisschen bemängelt. Dass man sich nicht ganz so gut manövrieren kann. Mit Stufe 3 von 6 können Medium Schiffe jetzt auf jeden Fall sich besser manövrieren. Und beim Upgrade 4 von 6 bei kleinen Schiffen gibt es den Perk River Red. Und das erhöht den Speed und die Manövri... 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 Sprachen lernen Bubble. Ihr könnt besser manövrieren. Mit kleinen Schiffen und der Speed wird erhöht. Da bin ich sehr gespannt wie hoch der Speed da geht. Auf jeden Fall dann sehr cool für kleine Schiffs. Vielleicht wird ja auch demnächst dann mit kleinen Schiffs die Achterrunde absolviert. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall sehr spannend. Und wenn ihr euer Schiff komplett upgradet, also 6 von 6, kriegt jedes Schiff seinen eigenen Perk. Und weil ich das so spannend finde, möchte ich alle einmal durchgehen. Ich werde euch das Bild hier einmal einblenden. Da könnt ihr ein bisschen mitlesen. Ich versuche das on the fly zu übersetzen mit euch. Die Beta ramming a target reduces its ammo rating by 150 for 30 seconds and increases own weapon damage by 10%. Das heißt, wenn ihr einen Gegner rammt, dann reduziert das die ammo vom Gegner für 3 Sekunden und euer Schaden wird um 10% erhöht. Die Hulk increase armor rating by 150 and yourself and never allies. Okay, also 150% mehr armor rating. Der Cutter hat einen besseren Repair-Effekt für Allies bei 30%. Das ist relativ krass, ein Drittel. Die Bark applies Torn Cells status effect when hitting a target is a blaze. Und die Sloop, die... Dann war es ja, die Slub. Ähm, exklusiver damage hits decrease enemies weapon damage by 10%. Cool. Wenn man also exklusiv trifft, dann macht der Gegner 10% weniger Schaden. Die Pardewa Kang, da bin ich gespannt. At half cells or anchored. Okay, das heißt, wenn man langsam ist oder wenn man anchored, wird der Schaden um 20% erhöht. Und decrease reload time by 20% für exklusiv. Oh mein Gott, das ist richtig gut. Pardewa Kang, bei einer Festung, man anchored, 20% mehr Schaden und 20% weniger reload time. Das ist mega nice. Vor allem mit Mortar, dann vielleicht nochmal 10% weniger. Okay, das ist richtig cool Pardewa Kang. Bei der Schnau, after, nachdem man sich geschützt hat, wird der Waffenschaden für 20-25% erhöht. Auch sehr cool. Brigantine, bei 14 Knoten oder höher. Increased Rubben Damage bei 30%. Sehr cool. Sampuke, decreased Fire-Weapon reload time bei 25%. Auch sehr cool. Bark, increased Repair-Mod of Repair-Weapon by 30% for ships that less than 33% of full health. Wahrscheinlich sollte das full und nicht hull-Health heißen. Das heißt, nochmal mehr Reparatur. Und bei der Brig, da wissen wir ja noch gar nichts. Deploy bows last longer. Okay, das heißt, Bojen, die gemacht werden von der neuen Hilfswaffe, werden länger auf See bleiben. Sehr, sehr coole Effekte, muss ich sagen. Also gerade der Pardewa Kang und auch Brigantine. Sehr, sehr cool. Dann, glaube ich, eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist, die ich mich auch gefragt habe. Woher kriegen wir diese Upgrade-Parts überhaupt her, wenn wir unser Schiff upgraden wollen? Und da kriegt ihr die von den Seasonal Boss Bounties und von neuen Main Contracts. Das finde ich sehr cool. Das heißt, die Main Story geht weiter. Oder meinen die damit Main Contracts? Bin ich gespannt, was die damit meinen. Man kann sie traden mit Skirlok und Rama. Sehr spannend. Man kriegt sie, wenn man Schmuggler-Pass-Challenges bekommt, abschließt. Und man hat eine Chance, die zu bekommen, wenn man die Chests von einem Bounty erneut öffnet, wie von Rodemangodin oder Lestari oder irgendwelchen anderen Kopfgeldern. Und am Ende der Season gibt es auch immer eine Umrechnung, wie viele Manufakturen habt ihr, auf welchem Level und dementsprechend gibt es viele Upgrade-Materials. Das heißt, die einige von euch, so wie ich auch, mit unseren maximalen und hohen Manufakturen werden zum Startweg sofort richtig viele Upgrade-Materials haben, um sofort eine der Schiffe wahrscheinlich aufs maximale Level zu bringen. Deswegen überlegt euch schon mal, was ihr morgen aufs maximale Level bringen wollt. Ich glaube, so eine Padua-Kang oder eine Schnau-Bringantine oder Sambuke 25% weniger Reload-Time, auch sehr lecker, muss ich sagen. Eine Sache, die reinkommt, Leute, haltet euch fest. Ihr könnt jetzt bei dem Schiffsbauer eure Schiffe verkaufen. Das ging ja bislang nicht. Wenn eure Schiffe voll waren, waren die voll eure Schiffsplätze. Ihr könnt jetzt beim Schiffsbauern eure Schiffe verkaufen, was ja Sinn macht. Wenn ihr mal bessere Schiffe haben wollt oder eure Flotte, je nachdem, anpassen wollt, müsst ihr ja auch die alten Schiffe irgendwie loswerden. Und das geht jetzt beim Schiffbauern. Das Reparieren von Schiffen wird jetzt Silber kosten. Das ist relativ bad, weil ich habe euch ja erzählt, wenn ihr beim Fleet-Management einer Manufaktur ein Schiff zuweist, dann kann es sein, dass das Schiff kaputt geht, weil das angegriffen wird. Und dann müsst ihr das reparieren. Das Ganze kostet Silber. Und wir wissen noch nicht, wie viel Silber wird. Wird also sehr, sehr spannend. Jetzt noch ein paar Sachen, die erwähnenswert sind, aber jetzt nicht extrem ins Spiel eingreifen. Wenn ihr jetzt zerstört werdet, dann könnt ihr euch eine Kamera anzeigen lassen, wer denn den letzten Schuss abgefeuert hat. Weil manchmal ist ja nicht so ganz klar, ey, wer hat mich jetzt gerade abgeschossen? Sehr cool. Hat mich öfter mal interessiert, ey, woher kam jetzt der Schuss? Wer war das? Kann man sich jetzt anschauen? Kommt jetzt immer eine Deathcam? Ähm, wenn ihr, ähm, ja, gesunken seid. Und, äh, es gibt neue Foto-Modes. Das fände ich sehr cool. Ich habe mit dem Foto-Mode echt gerne rumgespielt, um sich mehr Sachen anzugucken. Schon oft gesagt, dass die, ähm, Inseln auch von außen viel zu krass ausstaffiert sind. Und, ja, die, äh, der Foto-Mode kriegt jetzt vier neue Kamera-Angels und, ähm, neue Light-Optionen. Und das werde ich mir alles dann angucken. Dann gibt es neue AI für die Gegnerschiffe, die daran bemessen sind, wie, was für ein Level der Gegner hat. Ähm, da will ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber, ja, äh, da wurde einiges geändert an der Gegner-AI. Von, ähm, 1 bis 7 hat sich nichts geändert. Also, euer Schiff 1 bis 7 hat sich nichts geändert. 8 bis 10 hat sich was geändert. Und dann auch 11 und, äh, höher. Ähm, ja, habt das im Hinterkopf. Falls sich irgendwas anders anfühlt, das liegt daran, dass die AI da geändert wurde. Und, Leute, das war es nicht. Jetzt nochmal ein kleiner Overview, was noch alles reinkommt, worauf ich jetzt nicht unbedingt eingegangen bin. Äh, da gibt es auch noch nicht so viel Content zu. Also, zu viel zu erzählen. Aber wir haben die Bilder. Ähm, ich werde es hier einfach mal durchlaufen lassen und ein paar Sachen erwähnen. Ähm, sehr viele neue Möbelstücke. Das hätte ich gar nicht so gedacht. Viele neue Waffen. Also, Season 1, sagen wir ehrlich, da kam echt nicht viel. 1, 2, 3 neue Waffen war echt ein bisschen wenig. Da können wir uns jetzt auf jeden Fall nicht beschweren. Ähm, beschweren viele neue, äh, Möglichkeiten, Waffen zu bestücken und zu bekommen. Richtig viele neue Möbelstücke, wo wir in letzter Season nur eins hatten, glaube ich. Das war dieses, äh, Giftding, was ich sowieso ganz doof fand. Kriegen wir jetzt richtig viele neue. Bin ich sehr gespannt, was es da alles, äh, für Neuigkeiten gibt. Viele neue, hoffentlich auch useful, also gute Rüstungen. Ähm, ähm, und, äh, auch verschiedene Möglichkeiten. Diese Dinger zu bekommen. Das heißt, World Events, Limited Events, ähm, durch den Schmugglerpass, kaufen am Schwarzmarkt, durch Events, und, und, und. Also sehr, sehr cool. Season 2 haut da auf jeden Fall nochmal richtig, richtig rein. Und der Rest waren noch ganz, ganz viele Bugfixes. Ich habe bestimmt ganz, ganz viel, äh, ausgelassen, damit das Video nicht zu, äh, krass wird. Ich nehme jetzt fast eine Stunde auf. Ich gucke mal, was ich alles reinschneide für euch, dass es nicht zu heftig wird. Ich will auch nicht jeden kleinen Bereich abdecken, weil man soll ja auch noch ein bisschen was morgen entdecken können. Aber ich hoffe, dass ich das Allermeiste und das Wichtigste, äh, für euch, äh, zusammengefasst habe. Ich hoffe, ihr seid alle morgen mit dabei. Ich, wie gesagt, bin auf jeden Fall live. Ich hoffe, ich sehe sehr viele Leute von euch, um da mal wieder reinzuschauen, was so alles Neues gibt. Wenn ihr nichts verpassen wollt, und, ähm, mehr von Scala Bones sehen wollt, dann lasst mich auf jeden Fall unten in den Kommentaren wissen. Ich würde mich sehr über ein Follower auf den Kanal freuen, sehr über ein Like auf dem Video. Und sage bis zum nächsten Mal, bis morgen im Livestream. Haut rein Leute, ciao, ciao.